Was geht ab liebe Leute, ich bin wieder am Start hier mit einem neuen Video, wie ihr wieder sehen könnt, bin ich hier mit meiner Freundin am Start und wir machen hier eine Runde Ekel-Punkt-Challenge, Ekel-Punkt-Challenge, Ekel-Rat-Challenge, oh mein Gott, was das bedeutet, hier stehen mir Griffe drauf, ich weiß, man erkennt sie vielleicht nicht, weil wir sie mit einem weißen Edding geschrieben haben, aber ich finde meinen schwarzen, ich zeig jetzt mal, wie heißt das nochmal, wasserlöslichen Edding nicht mehr und deswegen hab ich jetzt einfach den weißen drauf, hier steht auf jeden Fall Joker drauf, blau, knoblau, saure Gurke, Hetchup Mexican Style, veganische Wurst, Oliven und Chili, ja wir haben die ganze Smoothie schon vorbereitet, ja beim Joker ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel den Joker jetzt, also ich hab jetzt zum Beispiel den Joker getrennt, dann trinke ich nochmal und das was ich drehe, muss sie dann trinken, oder ich sag, wenn es was leckeres ist, ne ich behalte den Joker, ich trinke ihn, bis ich irgendwann mal was böses hab und dann kann ich sagen, ey der Joker von daneben, du trinkst. Also hast du jetzt gerade beschlossen, dass man den Joker sich noch aufheben darf? Natürlich. Das hast du aber gerade mal nicht gesagt. Doch, schnickst du, ob der Joker anfängt? Ey, wie schnickst du? Ey, du kannst das essen. Ey, jetzt mach mich doch nicht nach. Ey, was soll das? Jetzt nervt mich nicht. Du drehst. Ja, okay. Außer Kloblauch kann man reden. Oh Gott, Alter. Ja, dann nimm halt einen Schluck von normalen. Nimm. Oh Mann, drehst du ein bisschen stärker. Ich hab doch voll stark gesehen. Mehr zu mich. Warum weißt du, dass ich Kloblauch bekomme? Ey, okay, jetzt wird's langweilig. Ja, mit dem normalen. Ja. Hm, lecker. Nimm mal stärker, was soll das? Komm mal. Das wird langweilig. Olive. Ich glaube, das ist noch eins von den besseren. Das wollen wir doch mal sehen. Na, was schmeckt? Eklig. Echt? Mhm. Ey, ich hatte noch nie. Oh. Ey, warte mal. Das ist das Chili, was dein Dad uns gegeben hat, gell? Ja, kann dir gerne machen. Wie viel hast du reingemacht? Trink jetzt einfach einen Schluck. Es riecht scharf. Trink jetzt einfach. Machen wir nachher ein Bild von dir. Was? Was machst du? Du musstest doch runterschlucken. Das gefällt dir hat's ausgespuckt. Das geht nicht. Ist zu viel, war das klar? Nicht zu klein, gell? Na, Oline. Das gilt nicht. Das musst du gleich trinken, okay? Nee, wenn du irgendwas noch trinkst, und wenn es Knoblauch ist, misch halt dich an. Saure Gurke. Smoothie mit saure Gurke schmeckt gut. Geht voll. Ist einfach nur sauer ein bisschen. Echt? Nein. Jetzt musst du gleich nochmal trinken. Joker! Ja? Dann kann ich verhalten. Doch? Nee. Richtig. Nee. Olibe trink ich. Olibe trink ich. Okay. Ey, du nimmst wohl den kleinen, das zählt gar nicht. Ich nehm richtige Schlucke. Schlucke? Du hast viel zu wenig drin, da ist gar nichts. Das ist immer flüssig. Und das schmeckt richtig eklig, wissig, räunig. Ah! Mach weiter. Ich mach jetzt schicken. Ich trink den. Veganische Wurst. Vegetarische. Man sieht die Stückchen aus. Alter, man sieht die Stückchen. Du trinkst nicht. Bitteschön. Ich trinke nichts. Mein Joker. Wenn du nachher auch Knüppel aufkostig feiert. Du trinkst halt auch das ganze Glas. Und wenn es wieder kommt, dann... Okay, das ist echt weniger widerlich. Habe ich die Tür für gut eingesetzt. Und warte jetzt. Wir waren hier. Und das darfst du jetzt trinken. Trink jetzt einfach. Und ich will nicht nur nippen. Ey, du nippst nur. Oh, oh, das sieht... Jetzt will ich es sehen. Schluck runter. Ich schluck es einfach runter. Nee, erst mal ein bisschen Mut halten. Nee, also... Ja, jetzt noch ein bisschen einmal durchgurgeln, oder? Ja, einfach so. Nein. Okay. Was? Mein ganzer Mund brennt, mein Hals brennt, meine Lachen. Ja. Ich habe es runtergeschluckt, mein Magen brennt. Jetzt schon. Aber vom Geschmack her... Wenn es jetzt nicht so viel wäre, wäre es lecker. Ja, das wäre echt lecker. Es gibt ja Chili Smoothie. Leute, ihr könnt übrigens auch in den Kommentaren reinschreiben, was ihr das nächste Mal nehmen soll. Schreibt es einfach in den Kommentaren, lasst es uns wissen, falls euch dieses Video gefallen hat. Aber vegetarisch. Ja. Vegetarische Brust ist eh schon leer. Nein, vegetarische Brust ist leer. Du trinkst es jetzt. Das sind noch... Da sind nur noch ein Stück hier drin. Ich wollte schon zwei Scheiben rein. Das ist nur eine Scheibe. Ey, Mann. Ja, liebe Leute, das war's für den Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst den Daumen beim Video nach oben da. Ihr wisst Bescheid. Schreibt es in den Kommentaren, was wir als nächstes für Zutaten für unsere Smoothies, für den ekel Smoothie nehmen sollen. Ja, macht gut. Bis morgen. Ciao, ciao. 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 Ciao.